Sarah Harrison ist stolze Mama von zwei Töchtern. Auch, wenn gerade die Gerüchteküche ziemlich heiß brodelt, ob Sarah Harrison, 29, schon mit Baby Nummer 3 schwanger sein könnte, genießt sie erst einmal die Zeit mit ihren zwei Girls. Denn mit Ehemann Dominic Harrison, 29, hat Sarah bereits die dreijährige Mia Rose und die fast einjährige Kyla. Gemeinsam lebt die Familie im sonnigen Dubai. Und von dort aus postet die Influencerin jetzt ein süßes Foto von sich und ihren Mädels. Babyplanung vielleicht doch noch nicht beendet? Erst kürzlich gab Sarah Harrison in einer Fragrunde auf Instagram zu, dass es für sie gar nicht so abwegig sei, noch einmal schwanger zu werden, schließlich seien Babys ein Geschenk. Und diese Einstellung der 29-Jährigen merkt man auch, wenn man den aktuellen Schnappschuss mit ihren beiden Kindern sieht. Denn auf dem strahlt Sarah wohl mit der kompletten Sonne Dubais um die Wette und formt ihre Lippen zu einem kleinen Schmollmund. Während Sarah die kleine Kyla auf ihrem linken Arm hat, lehnt sich Mia ganz sanft an die rechte Schulter ihrer Mama an. Zu dem süßen Bild schreibt die 29-Jährige die Worte Girlsbauer. Und das sieht man auf diesem süßen Foto definitiv.